Unser Bauleiter und Projektleiter haben recherchiert im Internet und sind im Prinzip fündig geworden. Wir suchen halt einen regionalen Anbieter, der uns mit allen Geräten versorgen kann und das haben wir jetzt in Clickrent gefunden. Da wir online gemietet haben, sind wir froh, dass wir von Clickrent einen persönlichen Betreuer auf der Baustelle haben und wir werden in Zukunft mit den Jungs gut arbeiten können. Das war's für heute.